Das ist die RWZ von vor knapp 60 Jahren, Anfang der 50er. Da hieß sie noch Warenzentrale Köln, Rheinscher Bauern- und Genossenschafts GmbH. Und heute sehen wir dann unser neues Objekt seit 2006 gebaut hier am Stadtrat in Rommerskirchen. Unsere Servicephilosophie ist es, jedem Kunden jeden Tag professionell, schnell und konsequent weiterzuhelfen. Und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.